Guten Tag und herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier bei Alphadynamic. Mit einem starken Partner konnten wir jetzt unser Sortiment erweitern. Sie erhalten bei uns ab jetzt auch Radkastenverkleidung aus PVC, Schienen für die Ladesicherung, Seitenverkleidung aus Holz oder PVC, die mitgelieferten Verzurrösen sorgen dafür, dass die originalen Verzurrpunkte bestehen bleiben und sie haben die Möglichkeit auch Schienen auf den Boden anbringen zu lassen. Der Boden besteht aus einer rutschfesten Oberfläche und ist in Grau oder Braun erhältlich. Untertitelung des ZDF, 2020